ja hallo und herzlich willkommen bei let's play fiesta online ich bin es wieder euer black wir sind gerade dabei nach pilzen und ledermäusen ausschau zu halten und durch folgend ich wollte ich mich ja hier durch kämpfen über diese brücke da das letzte mal ging das fast schief weil hier hinten ist glaube ich entweder zum einen mal fledi sein und zum anderen ist da ein pilztruf nämlich haben der wollte warum die immer noch die 1 tränke truppen wir sind eine schöne landschaft hier kann man da nicht runter ich würde auch gerne gerne da unten herumlaufen spaß und so aber da kommt noch ein bisschen hier guck mal da drüben mit ein hirnchen diese schoko buch oder wie sei denn in dings wo es heißen in final fantasy wie sie hier heißen weiß ich jetzt gerade nicht ach kurz glaube ich krieg mal auch noch hin mal auch noch jagen ich wööö nix wöö nix wöö nix 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 soll doch anders gehen klopp auaaa ha ha什麼 nix na nix la yan me lag li auch weiß h so da ist noch ein wüstenpilz ob die ist da mehr drin da ist ein normaler pilz den machen wir auch mal auf weil ich habe ja irgendwo gelesen dass wir auch prinzip brauchen für was auch immer in der uhr sind gekartet die nehmen wir auch wieder mit wie immer auch wenn es wieder nur dieselbe ist es könnte ja sein dass es mal eine andere version ist wer weiß das schon da ist der staub doch ich muss mich damit ab und ich leh die ist da wollte ich ja hin und noch nicht schlecht wo drei haben wir ja schon noch sieben siehst du und dieses glanzpulver brauchen wir eben auch glanzkuder nicht pulver das war ein wachschicht noch gestorben ich werde nicht vergessen das verspreche ich dir steckte in meinem herzen egal was passiert ich hoffe es wieder zu lieben doch das macht es nicht der gruppe ist ganz allein nur du und ich habe es nicht ich habe es nicht und der Mond scheint ja das ging noch mal schnell die Fledies sind offensichtlich eine ganz ganz andere Sache als die blöden Bäume hier ich bin allein deswegen weil die bisschen ja ich wollte gerade sagen stärker sind und noch ein bisschen vom Level höher aber scheinbar geht das auch so wieder nichts drin so ein scheiß ii ich sollte wirklich mal mach mal die Karte weg damit wir die neue Karte aufnehmen können ja die hat man ja schon auf der Regulierung sind mehr Sterne dann tun wir halt die weg ja ist jetzt auch nichts anderes aber was solls so Pledy genau dasselbe wo so du kannst mit Pledy ramp und im Bild dann bin ich jawoll flop und umfang wird nun geöffnete karte die nehmen wir dann auf jeden fall mit weil kann durchaus sein dass wir den eben noch nicht haben die kamen jetzt meine fletig und wenn dann hätte man ja eine von den baby fletig eine fletermaus mit einem kleinen körper der an einem mini schwein mit flügeln erinnert aber flink ich habe noch nicht wo den hat man noch nicht nachtwache den titel nachtwache hatten aber glaube ich schon mal mit nagel in dem anderen letzt beziehungsweise auf dem anderen server besser gesagt mal gucken nach wache ausweichen zwei geschwindigkeit 15 1 2 kritisch drei geschwindigkeiten ja wir lassen ausweichen wir lassen das was machen warum wir noch reden die sich weiss jetzt gar nicht mehr nein bledig brauchen wir nicht mehr und dann steigen wir mal auf der hülle gucken wir mal ob wir solche pilze noch finden da muss schon mal da sind müssten vielleicht noch hier sein genau ja wohl scheint zu gehen die jetzt nur aufmachen nix drin ja auch jemand anders weiter was finden wir doch so haben wir ja hinten was gedacht wenn man die nicht ganz fertig kriegen was soll's ist das ist da ein geheimgang tatsächlich ein geheimer gang den kannte ich noch gar nicht man lernt eben nie aus leider war der geheimgang ohne pilze hier haben wir noch ein mal erst mal alles weg dass wir hier so rumfliegen haben ja dann sollten wir uns unseren jetzt mal wiederholen darf ich auch alle ok karte gleich mal gucken was drin ist machen wir hier inzwischen den hüsten pilz auf wo die habe ich glaube ich noch gar nicht diese bucke sie schützen wurde von malone wegen ihre ausgezeichneten fähigkeiten ausgewählt abdruck reist die schnell und geschickt an böse böse so gut wieder aus pferd da war auch wieder nichts drin auch dass ich als diese pilze wie kostet die dinger hier wächst einer auf der ja das sagt ich viel über die brücke aus angucken ob da wenig stinkt oder nur ein paar stinkende pilze stattdessen gibt es gewitter wunderbar der rauf der rauf der rauf der rauf und so die 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 stein durch kommen ja gerade so kommt die aus nix drin hat sich ja ich treffe immer und die krieg nix mehr so ein scheibenhonig da können wir noch die Gäuse ein mal Lübernchen, Füßenpilzchen ich schenke TNT ich schenke TNT ich schenke TNT, die vergisst du nie ok jetzt aber, vomm, alle hinüb schenke TNT nächster den blüten Pils, wo der jetzt nichts drin ist, habe ich keine Lust mehr bim, 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 bim jawoll hat er Glück gehabt dass da doch noch was drin war, sonst hätte ich jetzt direkt gesagt, wir gehen jetzt nach Hause also insofern habt ihr Pech gehabt nochmal rumgucken nix zu sehen hier kommen wir ja nicht runter, genau, wir gehen hier lang wieder hier hinten haben wir auch keine 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 hier wieder welche nein hier lang guck mal mal ganz konzentriert hier wir reiten durch die Gegend und so nach Pilsen der Wüste der Wüste nach Pilsen soko sowieso dämlich da haben wir welche das gehört alles vorher um der bästern nur der Baum ich mag Bäume nicht ich bin allergisch wie die bäume schnief und ich habe zwei perfekt Ich bin auf der Seite, wenn ich mich nicht so leise bin, wenn ich mich nicht so leise bin. Okay, okay, vier Stück noch. Online Gamer, also ein Online Gamer. Hier, Pilze brauchen wir ja auch. Da hinten ist auch noch ein Wiesenpilz. Uuuuuhhhh. Alles was starkes. Mr. Perfect will sich in eine Gruppe einladen. Na dann. Ich lebe da ausnahmsweise mal an, weil der ein bisschen stärker ist als ich. Ich bin wieder alleine, wenn endlich vor uns lebt. Denn das alleine sein Nacht. So, ne, das hast du aber tatsächlich was gebracht. So. Ich habe ja mal eine Hallo gesagt. Ich bin aber nicht mehr lange da. Deswegen habe ich auch die Gruppe angenommen. Weil ich nicht mehr so lange spielen kann. Ich bin jetzt auch. Draußen fängt es an zu regnen. Und ich schmerzt im Bauch. Diese Gefühle hab ich dann nicht mehr gespürt. Und in deinen Tüfen lebt. Denn hast du. Kein Schmerz von dir. Und wenn ich wieder alleine bin. Denk ich nur an dich. Denn das alleine sein Nacht. Komm, komm. Jawoll! Noch drei Pilzer. Wenn ihr die Karte liegen lasst, nehmen wir die mit. So, nun holen wir uns die Spinne extra. Also wir retten am Riten jetzt einfach weiter. Er hat uns Edo in die Gruppe eingeladen, weil wir wahrscheinlich seine Mops mitgehauen haben. Aber das ist ja eigentlich nur ein Nebeneffekt gewesen. Ich will da hinten putze. So, in einer halben Stunde, wie gesagt, muss ich meine Aufnahmesession beenden. Allerdings die Folge, die ist gleich zu Ende. Der Kopf halt um. Okay. Scheiß Husten. Okay, können wir nicht ergänzen, blablabla. Nicht dafür, dass ich wollte, aber es macht nichts. Naja, den Rest machen wir eben in der nächsten Folge. Freut mich, dass ihr wieder reingeschaut habt. Bis denne. Tschööö. Tschöööö. Tschööö. Tschööö.